Schon in Episode 4 Eine neue Hoffnung von 1977 infiltrierte Luke Skywalker den ersten Todesstern, getarnt als Sturmtruppler mit der Bezeichnung TK-421. Und jetzt in der 14. Folge der Animationsserie The Bad Batch wurden zum ersten Mal in der Star Wars Canon Timeline die TK-Einheiten vorgestellt. Hier allerdings noch in ihrer Prototyprüstung. Diese Bezeichnung der Truppen begleitet uns also schon seit dem allerersten Tag. Doch wofür genau steht eigentlich das TK? Diese Frage will ich euch in diesem kurzen Video beantworten. Also lasst uns auch direkt anfangen. Es wäre uns eine Ehre, wenn sie sich zu uns gesellen würden. Die Vorgänger der Sturmtruppen, die Kloneinheiten, wurden nicht mit Namen, sondern mit ähnlichen Bezeichnungen geboren. Hierbei stand das CT für den englischen Begriff Clone Trooper. Der bei den Fans beliebte Klon-Captain Rex wurde zum Beispiel als CT-7567 geboren, erhielt aber schon früh in den Klonkriegen den Spitznamen Rex. Imperiale Sturmtruppen hingegen waren Rekruten, die bei ihrem Eintritt in das Militär nur selten ihren Geburtsnamen trugen und im Laufe ihres Dienstes ihre Individualität verloren. Beim Militär des Galaktischen Imperiums, insbesondere bei den Sturmtruppen, lauteten die beiden Buchstaben häufig TK. Aber es gab auch viele Fälle von Personal, einschließlich Sturmtruppen mit anderen Bezeichnungen als den üblichen TK-Nummern. In Star Wars Rebels trug der imperiale Offizier Kambalain Aresko die Einsatznummer LRC-01 und der imperiale ISB-Agent Alexander Kellis war als ISB-021 bekannt. Auch wenn dies hier ein Kanonvideo ist, sollten wir für die Erklärung, die hinter der Bezeichnung TK steckt, auch Legends berücksichtigen. Denn in dem Legends-Roman Rebel Force Die Geisel zum Beispiel tauchten Sturmtruppen mit einer Bezeichnung auf, die mit TB begann. Diese Hinweise deuten darauf hin, dass sich die TK-Bezeichnung nicht unbedingt auf Sturmtruppen im Allgemeinen bezog, sondern auf eine bestimmte Einheitengruppierung des imperialen Militärs. Im kanonischen Sammelband From a Certain Point of View wurden die Truppler, die auf dem ersten Todesstern dienten und an Bord der Tente 4 gingen, mit TK-Nummern bezeichnet. Die ersten Truppen in The Bad Batch, die aus dem Projektkriegsmantel hervorgingen, hatten ebenfalls diese Bezeichnung. Dieser Umstand deutet darauf hin, dass diese Gruppierung ursprünglich unter dem Kommando von Darth Vader und oder Großmoth Tarkin stand. In The Mandalorian Staffel 2 Folge 7 wurde Din Djarin, der als imperialer Juggernaut-Pilot verkleidet war, von dem imperialen Offizier Vaylin Hess auf dem Planeten Morag nach seiner TK-Nummer gefragt. Das Vaylin Hess ausgerechnet nach dieser Bezeichnung anstelle einer anderen Einsatznummer fragte, ist recht interessant. Angesichts der Tatsache, dass imperiale Truppen mit TK-Nummern in der Schlacht von Scarif dienten, Prinzessin Leia gefangen nahm, den ersten Todesstern patrouillierten, in The Mandalorian Staffel 2 auftauchten und sogar an der Operation Asche teilnahm, lässt eigentlich nur eine Schlussfolgerung zu. Es handelt sich hierbei vermutlich um die größte Legion bzw. das größte Chor des Galaktischen Imperiums. Gleichzeitig schließt es aber weitere Religionen nicht aus, so könnte die TK-Legion nur eine von vielen sein. Zweifelsfrei ist sie aber die bedeutendste, da sie die erste überhaupt war und ihre Mitglieder im Verlauf der Zeit bei vielen der wichtigsten Einsätze beteiligt waren. Der Nachfolger des Galaktischen Imperiums, die Erste Ordnung, bestätigt diese Vermutung. FN 2187, später bekannt als Finn, wurde im kanonischen Roman vor dem Erwachen als Teil des FN-Kors enthüllt. Die Animation Serie Resistance, bestätigte auch die Existenz von einem weiteren Chor, das auf das Kürzel CS hörte. Es lässt sich also festhalten, dass es sich bei TK um keine Abkürzung, sondern um eine einfache Bezeichnung handelt, die aus zwei beliebigen Buchstaben besteht. Und damit wären wir auch wieder am Ende angekommen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like oder Kommentar von euch freuen. Solltet ihr meinen Kanal noch nicht kostenlos abonniert haben, dann holt das jetzt sehr gerne nach. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein.